Es bedeutet, ein anderer hat eine Melodie geschrieben, die spielen wir nach. Und wer richtig errät, wie die Melodie heißt, der gewinnt etwas. Und wenn ich sage, der gewinnt etwas, fragt das Publikum, oh was denn da? Der gewinnt etwas. 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 Der gewinnt etwas. Was denn da? Erfahrung. Ah. Aber der verliert auch was. Was denn da? Zeit. Herzlich willkommen in der ersten Reihe. Unsere Showtänzer. Musik. Araya. Musik. Musik. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018